Ihr habt sie vermisst und sie sind wieder da. Die News, die Szene ist wieder aus der Sommerpause erwacht und es gibt wieder reichlich Neues zu erzählen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofuri. Kurz vorweg an alle Mercedes Fanboys, ihr müsst noch etwas warten, aber in dieser Woche gibt es auch was ganz ganz Neues für euch und zwar den neuen GLE. Wir starten jetzt aber erstmal rein mit dem BMW Intelligent Personal Assistant, der kurzum quasi das Pendant zu Hey Mercedes ist und auf den Namen Hey BMW hört. Alle ähnlichen Funktionen dann mitbringt, allerdings auch wie bei Mercedes das neueste Infotainment voraussetzt, was bei BMW OS 7 ist. Das ist im X5, im Z4 und im 8er schon mit dabei. Da kann man das ab März 2019 remote upgraden und wer ab November den neuen Dreier bestellt, der kann das direkt mit hinein konfigurieren. Das Ganze ist dann für drei Jahre enthalten. Es ist auch in verschiedene Pakete differenziert. Da findet ihr unten einen Link, da ist das genau aufgedröselt und nach den drei Jahren wird man das Abo wahrscheinlich verlängern müssen. Bleiben wir direkt bei BMW. Es wurde auch vorgestellt der X2 M35i und damit das erste M Performance Modell mit Vierzylinder. 225 kW, 306 PS bzw. 450 Newtonmeter bringt das Ganze dann auf der UKL Plattform. Frontmotor heißt quer verbaut, heißt aber auch Frontantrieb, heißt aber auch, und da bin ich sehr gespannt darauf, man hat ein mechanisches Sperrdifferenzial an der Vorderachse verbaut. Und klar, X-Drive ist serienmäßig, die 8-Gang-Automatik ist serienmäßig und eine Launch Control gibt es auch. Damit geht es dann in 4,9 Sekunden auf 100 kmh. Alles, was sich dabei irgendwie auf die Leistung bezieht, heißt Kühlung, heißt Performance bei den Bremsen, wurde überarbeitet. Zudem gibt es innen optionale Integralsitze. Und ein letzter BMW darf dabei nicht fehlen, nämlich der X5 X-Drive 45Ei Performance, was eigentlich nur der Nachfolger des Plug-in-Hybrid ist. Allerdings mit wesentlichen Änderungen. Statt einem Vierzylinder gibt es jetzt einen Sechszylinder mit 210 kW, 290 kW Systemleistung, also 82 kW elektrische Leistung. Und sehr spannend, es gibt noch keinen genauen Wert zu der im Unterboten verbauten Lithium-Ionen-Batterie. Sie soll aber laut WLTP-Messmethode nach Nefts ausgewiesen bis zu 80 km elektrische Reichweite abdecken, was dann in Realität wahrscheinlich 60 plus Kilometer sein könnte, was doch ganz ordentlich ist für dieses große, große SUV. Ganz wichtig hinzuzufügen, der X5 X-Drive 45Ei Performance fährt immer mit allen vier Rädern. Das heißt, auch elektrisch werden alle vier Räder über den X-Drive angetrieben. Auch ganz knapp vorgestellt wurde der Toyota Corolla Touring Sports, also die Kombivariante des Corolla, die erstmals für Toyota mit adaptiver Dämpfung kommen wird und wie auch der normale 5-Türer mit drei Motoren, einem Turbo-Benziner und zwei Hybriden. Volvo hat die 360C Konzeptstudie vorgestellt, die laut Volvo ein Ersatz für Inlandstrecken-Kurzflüge sein soll. Dazu kurz meine persönliche Meinung. Ich finde, das ist definitiv zu weit gegriffen, denn in unserer Zeit ist der Faktor Zeit der wertvollste und das kann so eine vollautonome, vollelektrische Studie einfach nicht wettmachen. Die Idee dahinter ist allerdings ganz nett. Man hat nämlich vier Ideen, wie diese Konzeptstudie laufen kann. Als mobiles Büro, als Schlafplatz, als Partyraum oder auch als Wohnzimmer. Und schlussendlich steckt die Idee so dahinter, dass man eben vollautonom von A nach B fährt und dementsprechend Kurzstreckenflüge, naja, streichen kann, weil man mehr Komfort hat als auf einem Flug. Allerdings sagt man selbstverständlich nichts über die Zeit. Und ich glaube ganz persönlich, die Zeitersparnis ist da einfach nicht da. Also Komfort versus Zeit ist da in keinem guten Verhältnis. Allerdings ist die Idee generell hinter der Konzeptstudie ganz nice, denn man hat auch einen globalen Standard gefordert für vollautonome Fahrzeuge. Und das umfasst die Kommunikation zwischen vollautonomen Fahrzeugen und Fahrzeugen, die quasi in Level 2 ganz normal noch von uns persönlich gefahren werden, sodass wir verstehen, was das vollautonome Fahrzeug gerade tut oder als nächstes tun wird. Was wirklich eine clevere Idee ist und auch eine Idee, die man unbedingt umsetzen sollte. Denn wenn das ganze Hersteller spezifisch nur gelöst wird, dann, naja, kann das durchaus mal zu einem Crash führen. Die Studie selbst interagiert über Töne, Bilder, Lichter, Bewegungen und auch Bilder mit den umherreisenden Verkehrsteilnehmern. Also die Idee dahinter ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss man natürlich nur hoffen, dass es auch in diese Richtung gehen wird, wenn man einen globalen Standard dann anstrebt. Das kostet die A-Klasse Limousine mehr als ein vergleichbarer Fünftürer. Die Bestellformulare der A-Klasse Limousine sind nun nämlich geöffnet worden. 30.900 Euro muss man da mindestens auf den Tisch legen. Ihr findet auch unten einen Artikel mit allen wichtigen Preisen, allen Serienausstattungen, allen Lines. Es gibt nun schon mehrere Motorisierungen bestellbar, den A180D mit 7-Gang-DCT sowie den A200 mit Schaltgetriebe und 7-Gang-DCT. Die kommen auch als erstes. Gleichzeitig bestellbar sind auch der A220 4MATIC sowie der A250 und der A250 4MATIC. Die können dann aber erst im zweiten Kartall 2019 geliefert werden. Ebenfalls bestellbar ist der Kia Seed Sportswagon oder auch Kia Seed SW ab 16.990 Euro in der Ausführung Attract mit dem 100 PS Sauger. Wer dann den 100 PS Dreizylinder möchte, der muss ordentlich mehr drauf packen. Der liegt dann bei knapp über 20.000 Euro, kommt dann aber auch schon in der Edition 7. Ebenfalls die Bestellformulare geöffnet wurden für den Opel Grandland X 1,6 Turbo, nämlich die 180 PS Variante des Kompakt-SUV. Die startet in der Innovation ab 34.800 Euro, kommt dann direkt auch mit der Achtgang-Automatik. Und ebenfalls bestellbar ist inzwischen auch das Virtual Cockpit für den Seat Ibiza sowie den Seat Arona. Das kostet 350 Euro und ist ab der Ausführung Style verfügbar. Ebenfalls einen ersten Ausblick gab es auf den BMW X3 M und den BMW X4 M. Für alle, die beim DTM-Lauf am Nürburgring waren, die haben den wahrscheinlich sogar schon gesehen und gehört. Für alle anderen, die das noch nicht gesehen oder gehört haben, immer mal wieder fahren die zwei auch gerade durch die Eifel. Und dann noch ein kleiner Ausblick. BMW wird bei den 48-Volt-Systemen wohl auf die zweite Generation angehen, insbesondere was Antriebe und Batterien angeht. Einzige Ausnahme wird dann wahrscheinlich das Dreier-Modell sein, der dann aber auch im LCI auf die zweite Generation umgerüstet wird. Grund dafür ist einfach, dass BMW sagt, das Potenzial ist einfach noch nicht da, was dieses System bieten könnte, insbesondere was Leistung und Einsparung eingeht. Interessant ist allerdings auch, dass BMW sagt, man könnte durch das 48-Volt-System auf Dreizylinder-Motoren, zumindest im Fall der Dreier-Limousine, verzichten. Abgesehen von einzelnen Märkten. Da findet ihr auch nochmal einen Link unten in der Infobox. Das war es mit den News. Ich hoffe, der kleine Überblick hat euch gefallen. Wie gesagt, alle Mercedes-Fanboys, GLE kommt auch noch diese Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.